Ascona. Ergebnisse harter Tests auf dem Prüffeld, problemloses Kurvenverhalten bei geringem Lenkkraftaufwand, hervorragende Bodenhaftung bei komfortabler Auslegung des Fahrwerks, exzellente Stabilität auch bei extremen Unebenheiten, erfolgreicher Abschluss der Entwicklungsarbeit mehrerer Jahre. Der Computer hat mitgeholfen den Ideen des Ascona-Teams Gestalt zu geben. Das große Know-how der Opel-Ingenieure, die beispielhafte Ausstattung von Versuch und Konstruktion, halfen, das hochgesteckte Ziel zu erreichen. Fahrkultur. Fahrkultur, das sind erprobte, zuverlässige Motoren, deren Stärke man spürt, aber nicht hört. Eine niedrige Gürtellinie und große Fenster für eine beeindruckende Rundumsicht. Fahrkultur, das sind breite Türen, die satt ins Schloss fallen. Ein mit äußerster Sorgfalt abgestimmtes Fahrwerk und optimal ablesbare Instrumente. Fahrkultur, das sind anatomisch perfekte Sitze im komfortablen Reiseraum für fünf. Fahrkultur, das ist der Ascona. Ein Meisterstück eines erfahrenen Teams. Fahrkultur, das ist das gute Gefühl, sich auf ein Auto verlassen zu können. Der Ascona schenkt bis ihnen. Erleben sie selbst, wie die in vielen Jahren gewonnenen Rallye-Erfahrungen für ihre Fahrpraxis weiterentwickelt wurden. Der Ascona liegt ruhig auf der Straße und reagiert exakt auf jedes Kommando seiner leichtgängigen Lenkung. Zu seinem sportlichen Charakter bietet der Ascona ausgesprochen luxuriösen Komfort. Ein echter Familienfreizeit-Reisewagen. Tatsächlich, das Raumangebot ihres Ascona ist ebenso beachtlich wie die Fülle dieses Tischlein-Wektings. Mit dem Ascona können sie auf besonders angenehme Art und Weise mit einem ganzen Schlaraffenland unterwegs sein. Ascona, ein handlicher, kompakter Wagen mit minimalem Wendekreis. Rassig, elegant, zweckmäßig. Der Ascona macht sie unabhängig. Der große Kofferraum des Ascona schluckt die Einkäufe für Wochenende und Tiefkühltruhe. Mühelos. Fahrkultur. Das ist viel Raum im kompakten Ascona. Komfortable Federung. Enorme Handlichkeit. Unübertroffene Abstimmung und ein hervorragendes Zusammenspiel aller technischen Details. Herr S. aus W. ist Personenkraftwagenfahrer. Und er sucht einmal wieder ein Plätzchen für seinen Personenkraftwagen. Die Situation macht ihm Hoffnung, ja, verspricht Erfolg. Herr S. entscheidet sich positiv für die ordnungsgemäße Vereinnahmung von 10 Quadratmetern wertvollen Straßenraumes. Oh, Schreck. Wirtschaftliche Motoren, die trotz hoher Leistung sparsam sind. Auch das ist Fahrkultur. Auf großen Strecken, zu fünft, mit viel Gepäck. Angenehm, komfortabel und wirtschaftlich. Mit dem Ascona, der das Taschengeld in Ihrer Tasche lässt, damit Sie die Reise genießen können. Die Wette gilt. Wie weit fährt ein Ascona mit einem halben Liter, nicht Bier, Benzin? Drei Kilometer, fünf Kilometer, sieben Kilometer. Wir wollten es genau wissen und fragten die Ingenieure bei Opel. Versuch bei konstant 100 Stundenkilometern. Drei Kilometer, vorbei. Fünf Kilometer, vorbei. Über sieben Kilometer. Das wären umgerechnet rund sieben Liter auf 100 Kilometer. Service, leicht gemacht, auch das ist Wirtschaftlichkeit. Bei kleinen Pannen genügen kleine Helfer. Diese Lampe hat den Dienst quittiert. Sie zu ersetzen ist bei Mascona tatsächlich ein Kinderspiel. Das Ergebnis ist einleuchtend. Fahrkultur. Das ist eine große Vielzahl sorgfältig aufeinander abgestimmter, guter Eigenschaften. Zum Beispiel kräftige, leise Motoren. Eine hervorragende Straßenlage für aktive Sicherheit. Komfortabler Reiseraum für fünf. Eine präzise, leichtgängige Lenkung. Ein ungewöhnlich kleiner Wendekreis. Alles Eigenschaften, von denen wir mit Stolz behaupten, dass es typische Opel-Eigenschaften sind. Bedeutung zwei die